Ich möchte einmal was ganz kurz noch mal loswerden. Ich verstehe das nicht ganz. Ein Video bedeutet doch, wenn es in den Trends ist, dass das Video trendet. Also sehr gut performt oder mehr Klicks als sonst bekommt. Also ich mag Miki echt gerne, aber ich gönne ihm das auch. Aber ich verstehe den Sinn nicht, warum das Video jetzt zum Beispiel von ihm in den Trends ist. Ich verstehe diese Trend-Funktion einfach manchmal nicht, weil er berühmt ist. Keine Ahnung, weiß auch nicht. Das habe ich mir aber gegönnt. Sag mal, welcher Fisch war das denn? Wollen wir da mal reingehen oder was? Matthias Malmedi, immer sympathisch der Typ, Digga. Wir wollten ja richtig F8 Tributo fahren. Was gucken wir uns denn jetzt eigentlich an? Wir haben ja noch eine kleine Überraschung bekommen hier vom... Matthias ist einfach sehr sympathisch, Digga, wirklich. Chef. Ja, lass dich überraschen. Geht auch für dich abwarten. Also, Luke Sportivo. Wir gucken uns mal ganz kurz... Gucken wir uns mal ganz kurz ein bisschen um, was es hier so alles gibt, Frankie. Wir haben da hinten ein paar Pista gesehen, ne? Ja. So, jetzt erzähl ich dir mal. Ja, jetzt erzähl ich dir mal. Also, welche Farbe vom Pista würden wir nehmen? Also, wir haben hier einmal alles in Grau. Boah, Digga. Schön matt. Schon ziemlich sexuell erregend. Finde ich ultra. Schwarz mit rotem Dekorstreifen. Und rot. Geil. Boah, das ist brutal. Oh ja. Das ist wirklich brutal. Das ist... Holy moly. Die Kombination, Digga, mit den roten Streifen und mit dem roten Interieur. Das ist richtig krass. Sieht auch gut aus, ne? Könntest du dir also gut vorstellen, ne? So, dann haben wir hier außenrot mit grauem Dekor. Boah, die sind schon... Das ist nicht so meins. Weißt du was? Also, ich bin entweder... Bin ich der da? Nee, Digga. Oder der da. Ja, egal. Was bist du für eine Farbe? Serachimus für... Wenn ich mir davon einen aussuchen dürfte, dann würde meine Wahl wahrscheinlich zwischen den schwarzen hier mit dem roten Interieur, den roten Streifen oder der graue. Ich glaube aber, ich würde den grauen nehmen, Digga. Also, der sieht schon brutal aus, Digga. Ja. Was bist du für eine Farbe? Serachimus für mich rot sein. Also, zumindestens die Form. Ja? Also, ein Roma oder so müsste jetzt nicht rot sein, aber die Form, finde ich, muss schon rot sein. Okay. Ich finde ja den 458 speziell auch Mörder, ne? Also, ja, letzter Sauger halt, ne? Rot muss beim Ferrari sein? Ja, fühle ich, Digga. Fühle ich. Aber für mich ist Ferrari schon lange nicht mehr einfach nur rot, Digga. Ferrari sind schöne Autos und ein Ferrari kann auch so viel hübscher aussehen in einer anderen Farbe. Aber ich respektiere. Wenn du sagst, du willst rot, weil Ferrari muss so rot sein, da kann ich eigentlich nichts gegen argumentieren. Das ist der letzte Sauger. Genau. Was haben wir denn hier? 298, Farbe, 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 Azura California. Aber auch geil. Das Auto ist sechs Jahre alt. Sechs Jahre, März 2014. 825 Kilometer. 825 Kilometer. Ah, okay. Der ist noch nicht mal eingefahren. Das könnten wir dann machen. Digga, wer kauft sich ein Auto, hat das sechs Jahre und fährt das nicht mal ein? Das sieht Hammer aus mit den goldenen Felgen. Was nimmst du jetzt für eine Farbe von Pista? Also wenn wir uns jetzt mal... Ich würde tatsächlich... Klammler, ja. Du hattest, glaube ich, gesagt, dass... Ja, ich bin da nicht in der Thematik. Kann natürlich sein, dass er ihn damals für 200 gekauft hat und jetzt ist er 300 wert. Keine Ahnung, Digga. Roten nehmen würdest, ne? Dann nehme ich den gelben. Ja, guck. Dann brauchen wir jetzt noch einen, der den schwarz nimmt und dann können wir quasi zu dritt durch die Gegend. Aber wenn ich es dir ganz ehrlich sagen soll, wenn ich mir einen aussuchen dürfte, würde ich den dann nehmen. Echt? Und zwar mit nach Hause. In der Farbe? Ja, in der Farbe. Ich liebe blau, wie man vielleicht sieht. Du liebst auch blau, du bist auch von oben bis unten blau. Also das ist mega, das Auto und vor allen Dingen der letzte Sauger. Das stimmt. Ich würde mit dem Grauen gehen, Digga. Das ist der Sauger, Alter. Ja, in der Reihe. In der Reihe. Ja, aber wie sind die denn von der Preisentwicklung? Kann man sich sowas wegstellen? Ja, also jetzt mit 825 Kilometern, das Auto ist wie neu auf jeden Fall. Steigt der weiter im Preis? Müsst du doch eigentlich. Kannst du heutzutage nicht mehr belastbar sagen, aber ich denke schon, also Geld verlieren tust du mit dem Auto nicht. Alles klar. Der Graue, Digga. Da siehst du ja, hier steht ein Speziale und hier stehen fünf Pister. Ich meine, das spricht schon Wände. Daran siehst du es schon. Genau. Wieso drichst du dich eigentlich immer weg? Da hinten sind auch noch hier hinten. Finde ich ziemlich geile Autos. Ja, dann komm, dann gehen wir da mal rum. Gönn dir doch, Bruder. Ich habe in der Garage ein Lambo. Wenn ich mir ein neues Auto gönnen sollte, dann wird der Lambo weggegeben und ich bin nicht an dem Punkt, wo ich aktuell sage, dass ich ein Lambo groß weggeben möchte. Aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Auto, der müsste jetzt nicht rot sein. Ja, der ist ja auch gut sei Dank nicht rot. Also, nur mal ganz kurz. Da steht ein SF90 Spy da. Die Präsentation von diesem Fahrzeug ist heute und wir werden uns das Auto gleich angucken. Einmal Walkaround, SF90. Alter, wie? Nee, neue Garage bauen. Also, wenn wäre ich eher sogar, also ich sage euch ganz Real Talk mäßig jetzt, es wird nicht passieren, dass ich mir in den nächsten, also nächstes Jahr beispielsweise ein neues Auto kaufe, Digga. Eher würde ich tendenziell dazu hingehen, den Lambo zu verkaufen, beziehungsweise wegzugeben und mir eventuell noch ein zweites Auto zu holen, auch für den Alltag. Ich habe jetzt eine S-Klasse und einen Lambo. Beides sind Autos, die ihr alle kennt. Beides sind Autos, mit denen ich extrem in der Öffentlichkeit auffalle, weil ich natürlich eine gewisse Reichweite habe. Wen würde ich eher tendenziell dazu hingehen, mir ein Auto zu holen? Das ist jetzt einfach mal, keine Ahnung. Sagen wir jetzt einfach mal, ich würde mir eine G-Klasse holen von Mercedes oder ein Porsche Panamera. Es kann aber auch sein, dass es nur eine neue A-Klasse wird oder ein 1er BMW. Das Auto spielt in dem Fall eigentlich keine große Rolle, welches ich mir holen würde. Der Fakt würde aber eine Rolle spielen, ich würde das Auto niemandem zeigen, Digga. Damit ich einfach auch mal in Ruhe fahren kann. Wie findest du die Farbe? Brutal gut. Wahnsinn, oder? Das erinnert mich ein bisschen an M. Ja. Wie heißt die Farbe nochmal auf dem M3? In über eineinhalb Jahren bin ich um die 4000 Kilometer gefahren, Digga. Das ist nichts. Der ist neu noch. E46. Du meinst Dakar-Gelb? Nein, das heißt nicht Dakar-Gelb, das heißt anders. Wie heißt das denn? Das ist gelb. Ja, den M3, E46, das gab es denn noch. Phönixgelb. 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 Das kann sein. Jetzt dürfen wir tatsächlich SF90 Spyder angucken, Leute. Alter Schwede. Alter. Das ist der neue von Ferrari, ne? Ui. Das Heck ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Weiß nicht mehr, ob es mir gefällt. Von vorne gefällt er mir. Ach, du. Ah doch, der hat schon was, Digga. Der hat schon was. Wie sieht das Auto aus? Ich glaube, man muss den halt auch erstmal in real sehen. In Videos ist es immer noch was anderes als in real. Wie heißt die Farbe? Weißt du das? Goldmetallik. Goldmetallik. Also bei BMW hieß der Phönixgelb damals. Guck mal hier. Schau mal. Alter Schwede. Also ich sag mal so. Boah. Das ist richtig rattenscharf, das Ding. Mein Liebermann. Also klar, ich finde, das Heck erinnert mich auch ein bisschen an Camaro. Aber letztendlich, Digga, finde ich, sind Autos auch einfach, haben einfach schon sexy Punkt, wenn man das Auto anschaut und sich denkt, das habe ich so noch nicht gesehen. Und das hat das Auto auf jeden Fall. So in dieser Konstellation, auch mit der Farbe und so, habe ich so noch nicht gesehen. Und dann, wenn es schon was Neues fürs Auge ist, dann ist das schon etwas, Digga, was schon geil ist und ein Pluspunkt ist. Alter Schwede. Das ist Aerodynamik vom Feinsten, oder? Alter, wie genial das gemacht ist, ne? Das ist wahrscheinlich auch noch aerodynamisch verkleidet. Das glaube ich nicht. Das fällt in die Welt runter. Der ist ja gut. Der ist ja gut, ja. Der innenliegende. Okay. Der wird in die Welt runter und dadurch wird das hier zur Spreuner-Mitte hin. Ah, okay. Ich sag mal was Neues und das finde ich cool. Hat sich Ferrari auf jeden Fall an was getraut, ja? Wird das vom Wind quasi gepusht, also vom fließenden Wind, oder ist das quasi elektronisch gesteuert? 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Die werden ja vom Wind weg gedrückt, ne? Mega-Auto. Alter, also wir haben nur mal ganz kurz die Daten, ne? Sind 1000 PS glatt? Ja. 780 PS hat der Verbrenner, ne? Ja. Und dann hat er drei Elektromotoren. Richtig. Die sind wo angebracht? Zwei an der Vorderachse, eine an der hinteren. Also wir haben Allradantrieb. Mein Gott. Ich weiß, wie das Ding geht. Alter, 1000 PS. Allrad. 0 auf 100, 2,5, ne? Und irgendwie 0 auf 207, oder was, ne? 7. Aber 2,5 auf 100 glaube ich dem Auto, weil wenn er Allradantrieb hat, dann kann er das auch. Da will ich jetzt mal kurz mich schlau lesen. Ja, das ist schon 7 Sekunden war der. 7 Sekunden war der von 0 auf 200 der Ferrari, ne? Das ist schon ein Unterschied, Digga. Ist eine Ansage, ja. Krass. Krass, Digga. Natürlich, der hat auch Elektro, ne? Hinten, vor dem Getriebe. Vor dem Getriebe, okay. Jetzt bückt sich der Frank hier mal ausnahmsweise. Das macht er sonst nie. Zumindest nicht bei der Arbeit. Also, ich finde das Auto richtig gut gemacht. Komplett hier unten einmal Carbon durchlaufend. Und dann hinten, also das hier ist auch, dieser Luftanlass ist ultra sexy. Ich finde ihn auch sexy, ja, doch. Je länger ich ihn mir anschaue, desto attraktiver finde ich ihn. Auf jeden Fall, ja. 800 Newtonmeter hat er. Lambo ist nicht Allrad, doch. Ja, das Problem hatte ja früher Alpha auch, zum Beispiel, ne? Ja, ja, ja. Die haben total formschöne Autos gebaut und dann hat der Designer irgendwann gedacht, scheiße, wo kommt das Kennzeichen hin, ne? Genau. Also, wo kommt das Kennzeichen hin? Vorne in die Scheibe hier, oder? Das Kennzeichen vorne kommt nach vorne und das hinten kommt nach hinten. Das finde ich zum Beispiel auch in Amerika geil. Ich weiß gar nicht, ob es überall so ist, aber in Amerika gibt es ja einige Staaten, wo man vorne kein Nummernschild dran machen muss. Und ich finde, Autos sehen so viel schöner aus, ohne Kennzeichen vorne, Digga. Ist nicht erlaubt, wer nur geduldet. Ja, die, ist mir doch egal, wenn es... Bruder, dann sehe ich mich da auch. Wahrscheinlich in die Mitte, ne? Ja, mittig, zwischen der Halterung, die vorne ankommen und dann kommt das vorne drauf. Wird aber die Optik, ganz ehrlich, ziemlich zerstören, ne? Ja, auf jeden. Wahnsinn, wie schmal das ist, gell? Irre. Kann man das Verdeck während der Fahrt auf und zu machen? Ja. Gut, 50 hast du nach 1,2 Sekunden. Aber musst du schnell sein, mit dem Knöpfchen ziehen, ne? Frankie, setz dich da mal rein. Die Frage ist, fahren die den noch? Nochmal, einmal weg, jetzt nochmal die Warte. Ach, du Scheiße. Yes! Also, Chad, ich finde das jetzt richtig unkorrekt von euch, alter. Wenn ich mir mal von meinem Lambo-Sound anhöre, im Wald, ich schreibe alle immer, Wald, Wald, Wald. Wo sind jetzt die Kommentare? Halle. Kleiner 31er seid ihr. Ja, ja, jetzt braucht ihr nicht mehr Halle schreiben. Das merke ich mir auf meine Art und Weise. Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde den Sound überhaupt nicht beeindruckend, Digga. Das ist ein V12, ich finde den Sound, wenn ich den Sound vergleiche mit meinem hoher Karten performanter, Digga, ist der Sound eine 0 von 0. Boah. Also, ich sag mal so, der Tag wird immer besser, Frankie. Leck mich fest. Vielleicht ist das Mikrofon, oh Scheiße, ja, stand da ja auch gerade was. Boah. Also, damit dürften wir, glaube ich, einer der ersten Menschen auf diesem Planeten sein, die den SF90 Spider anschmeißen durften, hören durften. Das ist richtig. Weil das heute ist Deutschland Premiere. Das ist Premiere, ja. Also, die Kunden dürfen heute das erste Mal gucken, anfassen, riechen. Okay, jetzt ist nur noch so ein bisschen Gequatsche, aber Matthias auf jeden Fall sehr sympathisch. Auch die Jungs, die um ihn herum waren hier aus dem Geschäft, haben einen sympathischen Eindruck gemacht. Gutes Video von Matthias, Digga. Und auch, wie ich finde, ein schönes Augenblick. Also, finde ich schick. Weiter. Musik Untertitelung des ZDF, 2020